Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rettung auf Stoppfampes Anhöhe, anzunehmen bei Kigan Feuerbart, im Schadenhochland, an dieser Stelle im Gebäude drinnen, vor Quest war der Junggeselle, Hallo, seid auf der Hut. Und dann geht es in diese Richtung. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Such nach Colleen Donald Marr. Ist es ein Typ? Oder eine Frau? Colleen, könnte beide sein, oder? Okay, der Weg ist ziemlich weit. Zum Glück kann ich ziemlich flott fliegen. Hätte ich das aber gewusst, hätte ich eine kurze Unterwöchung gemacht. Und schaut mal, hier ist der Quest, ist abzugeben, bei Colleen Donald Marr, im Schadenhochland, an dieser Stelle. Ist ein Typ, wie man sieht. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.